Am Wochenende ist es ja wieder soweit. Eines der heißesten Events des Sommers steht an. Das Mail-Festival in der Nähe von Leipzig. Und da treten ja alle Größen auf. Pulp wird da sein. Jan Delay, Deichkind. Aber alle sind gespannt und warten auf das Comeback des Jahres. Denn Fraktos sind zurück. Die Elektroschocker aus den 80ern stehen seit mehr als 25 Jahren mal wieder auf der Bühne. Ist das geil? Geht's euch gut? Wartet ihr auf den Überrave? Vorher ein ganz ganz kleiner Surprise-Act heute Abend. Sie kommen auch fast aus meiner Stadt in der Nähe, das heißt Brunsbüttel. Sie haben seit 25 Jahren keinen Live-Auftritt mehr gemacht. Aber nichtsdestotrotz möchte ich, dass ihr euch eure Arme, Beine, Füße und Köpfe zusammen klatscht. Für die Größen des Airpods. Fraktos! Mehr als 25 Jahre danach. Sieht ihr die Gründer der vulgar-elektronischen Musik. Die Erfinder des Tech-R Grande. Die Legende führe mich. Tonight... Proptos!